herzlich willkommen zum neuen video von trekking live heute geht es hoch zur kann man wahrscheinlich gar nicht lesen egal velika planina und zwar mit der seilbahn die hier über mir läuft sieht man wahrscheinlich auch nicht aber sie fährt nämlich auch gerade nicht ist eine alte kabinenseilbahn und eine der wenigen in slowenien und da oben ist eine schöne große almlandschaft da kann man schön ruhe wandern in der sonne deswegen sind wir eingecremt wetter ist natürlich wieder herrlich ich würde sagen wir fahren erst mal hoch und dann gibt es mehr infos und dann schauen wir uns das da oben mal an wir sind gespannt ich hoffe ich hoffe ihr auch dranbleiben bis später wie ihr seht angekommen oben auf dieser almlandschaft herrlich hier oben hier ist noch wirklich ein betrieb das ist wunderschön bei dem wetter natürlich es zieht nur deswegen habe ich die jacke an wie hechtsuppe und wir machen hier oben so eine kleine rundwanderung so acht kilometer oder sowas ganz entspannt es geht jetzt hier so ein bisschen über so einen kleinen panorama weg und hinter uns das was ihr gerade im prinzip gesehen habt in den kleinen ausschritten das war die und laufen die richtung maler planen warte beides heißt keine ahnung vielleicht kann ich jetzt recherchieren und einblenden ich glaube wir müssen hier geradeaus weiter also navigazieren oben ist bestimmt windig man hört mich jetzt gar nicht ich rede jetzt einfach mal weiter bis der wind nachlässt und dann kann ich den ganzen krank mehr rausschneiden ich guck mal wo wir müssen ich guck mal wo wir müssen ich muss mal so links an der ansatz müssen wir irgendwie nur an der hütte vorbei und so an die hütte naja gut so hier ist ein bisschen weniger wind wir sind jetzt hier maler planina und übrigens ich habe noch nie kühe baden sind hier ich weiß nicht mögen die was die müssen natürlich trinken aber baden die gerne auf jeden fall kommen hier so ein paar fakten weil die liefern wir ja immer bei trekking life das hier oben ist die größte hirtensiedlung europas wenn ich das richtig im kopf habe sind das sieben oder acht aktive hirten noch 140 von diesen kleinen hütten die ihr hier überall seht gibt es hier oben also es ist auf jeden fall groß und sehr sehr schön und im winter ist hier oben tatsächlich auch ein skigebiet das ist kein großes weil viele lifter habe ich jetzt nicht gesehen beim hochfahren jetzt ist hier aber die kühe die machen das richtig die baden richtig im prinzip das was wir hier oben machen diese wanderung ist auf jeden fall familien geeignet mit hunden müssen natürlich aufpassen also auf jeden fall müssen die an die leine ein bisschen aufpassen mit den kühen vor allem wenn die junge haben die seilbahn besteht aus zwei abschnitten abschnitt 1 ist tatsächlich diese alte seilbahn ich glaube die habt ihr ganz am anfang des videos mal gesehen kurz und der zweite abschnitt ist ein sorry geht ein merkwuch ist ein sessellift ihr könnt entweder von ganz unten im tal starten vom parkplatz aus der übrigens kostenfrei ist oder ihr fahrt mit der seilbahn die erste sektion und lauft von da hier hoch oder ihr macht das so wie wir fahrt einfach ganz hoch so boah ist das anstrengend beim laufen und reden macht der ja auch das auch immer so bergauf laufen und reden legt mich am arsch die seilbahn kostet 21 euro pro person inklusive sessellift das ist nicht vergleichbar mit den preisen der zugspitzbahn wenn ihr von ganz unten im tal lauft braucht ihr erstmal schlappe sechs stunden hier hoch 1200 höhenmeter sprich ihr solltet früh starten wenn ihr noch hier oben eine runde drehen wollt und die bahn auch wieder runter nehmen wollt wobei die letzte bahn relativ spät fährt 18 uhr aber ich schätze die slowen so ein die machen dann noch um 18 uhr feierabend da gibt es dann keine bahn mehr und steht hier oben aber kein problem weil hier oben gibt es auch hütten zum schlafen also könnt ihr euch einfach in eine von diesen Alpenvereinshütten einquartieren und dann läuft das boah ich brauche mal eine pause gerade wichtigster fakt zum schluss für die die noch dran geblieben sind in dieser fakten serie es gibt ungefähr alle 10, 15, 20 min eine alm oder eine hütte wo ihr was trinken könnt also ihr könnt hier auch eine gute tour machen wo ihr euch einfach nur von alm zu alm und von hütte zu hütte trinken oder esst oder beides ich mach hier die kamera aus die kühe hier die sind ganz entspannt ey aber ich nicht wichtig ach noch was mir ist gerade eingefallen hier oben gibt es quasi keinen schatten also sonnenhut sonnencreme Kindertspielchen weil sonst habt ihr danach die tage spaß nicht die auf ruhe einfach nicht die Untertitelung des ZDF, 2020 So, noch ein Fakt. Man kann auch hier oben von diesen Hütten welche mieten zum Übernachten. Ich habe dazu leider keine Infos für euch, was Preis und so weiter angeht. Ich weiß nur, dass das geht. Und ich weiß, dass man das bei den üblichen Anbietern im weltweiten Netz, ohne jetzt hier irgendjemand nennen zu wollen, findet. Also, ihr wisst, wo ihr es findet. Und wenn nicht, googles einfach. Velika Planina übernachtung. Sollte ja wohl drin sein, oder? Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt von euch, dass ihr das selber macht. Weil alles kann ich auch nicht liefern. Werden nicht allwissend. Quitsch, ganz schön. So, wir sind auf dem Weg nach unten. Wir saßen gerade eben da. Seleni Prop heißt diese Hütte. Haben schön was slowenisch Traditionelles gegessen. Bohneneintopf mit Sauerkraut und da Wurst. War sehr, sehr gut. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück mit dem Sessellift. Und dann sind wir durch für heute mit der Wanderung. Wandern insgesamt ungefähr neun, neuneinhalb Kilometer. Ich blende euch das ein. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Familienwanderung. Lohnt sich. Diese Alm ist einfach sehr, sehr sehenswert, weil es mal was komplett anderes ist. Das habe ich so auch noch nicht gesehen in den Alpen. Dass da so viele Hütten auf der Alm stehen. Also wirklich, wirklich. Sehr, sehr schön. Wir sind jetzt einfach noch ne halbe Stunde im Sessell, eine Viertelstunde in der Bahn. Und dann sind wir wieder im Auto. Und dann geht's weiter. Die nächsten Tage gibt's dann wieder ein paar Videos. Und ihr werdet ihr dann auch sehen. In dem Sinne, abonnieren, dranbleiben, kommentieren, Daumen hoch. Ihr kennt das Spielchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.